Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Tag des ihrportratgeber.de Adventskalenders Gewinnspiels. Ich bin Julian und in diesem Video stelle ich euch den nächsten Gewinn und das nächste Gewinnspiel vor. Was ihr dazu tun müsst, einfach in die Kommentare schreiben, warum ihr gerne Sieger des Gewinnspiels sein möchtet oder warum ihr gerne gewinnen möchtet. Einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo da lassen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in der Videobeschreibung und ihr könnt dein Ganze natürlich auch nochmal verdoppeln, also Gewinnschafts verdoppeln, indem ihr auch auf Instagram teilnehmt. Aber was gibt es zu gewinnen? Der Sponsor des heutigen Produkts oder des heutigen Videos und des heutigen Gewinnspiels ist JLab Audio. Da konnte ich vor kurzem die Epic Air NNC testen und JLab hat mir dankenswerterweise nochmal ein paar zur Verfügung gestellt, das ich heute an euch verlosen kann. Die JLab Epic Air NNC haben mich natürlich nicht nur durch ihr ANC und ihr Aussehen mit diesem tollen, was sieht man hier gar nicht, mit diesem tollen Ladecase überzeugt, sondern auch mit ihrem Klang, der wirklich verbessert ist im Vergleich zum Vorgänger. Dazu bekommt man eine sehr, sehr beachtlichte Akkulaufzeit. Ich zeige es einfach mal in die Kamera, sofern man das sieht. Seht ihr das? 48 Stunden. Im Test habe ich das nicht ganz erreicht, aber ich schätze unter Laborbedingungen kann man das schon erreichen. Im Realfall sind es dann ein paar Stunden weniger, aber ganz ehrlich, fast zwei Tage mit einer Aufladung mit so einem Kopfhör rumzukommen, das ist schon eine ganze Menge und braucht man ja kaum. Die Gewinnspielteilnahmebedingungen findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Ich glaube, das habe ich schon erwähnt, aber doppelt hält natürlich besser. Mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen. Ich freue mich auf das nächste Video. Ich freue mich auf Weihnachten. Bald ist es soweit. Und wünsche euch besinnliche Tage bis dahin. Euer Julian vom E-Podratgeber.